Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 22.06.2022 und der 5.10.2023 sind die Daten, sie sind die Wegmarken dafür, was die Beschäftigten, was aber auch die Saläuerinnen und Saläuer bei uns vor Ort seit Jahren mitmachen. Es ging los 2018 mit dem Wegfall der Nachtschicht. 1.600 Beschäftigte haben damals schon ihren Arbeitsplatz verloren und der CMAX wurde seinerzeit gestrichen. Es blieb nur noch ein Modell in Saarlouis vor Ort. Es kamen dann die vielen Monate und Jahre der Ungewissheit, aber auch der Hoffnungen, die geschürt worden sind. Herr Toskani ist eben in seiner Rede darauf eingegangen. Ich möchte nur eine Wegmarke nochmal aufgreifen. Das waren die Artikel, die Berichterstattungen durch Sie, Herr Minister Barke, im Vorfeld des 22.06.2022 als öffentlich verlautbart worden ist. Wir werden erstens den Standort Saarlouis erhalten mit fortzusammen und wir werden darüber hinaus 4.000 bis 5.000 neue Arbeitsplätze im Raum Saarlouis schaffen. Auf all das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zulieferer und die Beschäftigten, aber eben auch die Menschen im Raum Saarlouis gesetzt, weil man eben auf die Aussagen vertraut hat. Erstens, wir haben gute Chancen und zweitens, wir werden nicht nur den Standort erhalten, wir werden darüber hinaus neue Arbeitsplätze schaffen. Und für mich ist der Punkt Vertrauen sehr entscheidend. Das ist gar keine Frage der Parteipolitik. Es betrifft alle demokratischen Parteien, dass wir in einer Phase sind der Vertrauenskrise in Institutionen, in Parteien und dass wir in einer Phase sind, in der es multiple Krisen gibt. Wir haben heute Morgen den Anschlägen in Israel und dem dortigen drohenden Krieg gedacht. Wir kennen die Lage in der Ukraine und ich kann die Reihe fast unbegrenzt fortsetzen. Sie alle an den Bildschirmen, aber auch hier im Raum kennen die Situation. Und ich glaube, in einer Situation, in der wir eine Vertrauenskrise haben, ist es wichtig, seine Worte und seine Ankündigungen wohl zu wählen. Die Menschen vertrauen einer gewählten Regierung, die Menschen vertrauen einem Minister, der eben auch Verantwortung trägt für Wirtschaft und für Arbeitsplätze hier im Saarland. Und deswegen, glaube ich, muss man es schon auch ansprechen, wie der Herr Stephan das gerade heute Morgen gemacht hat, lieber Timo A., dass eben dieses Vertrauen eben die Menschen dann auch auf diese Worte gezählt haben und sie wurden eben nicht eingehalten. Im Gegenteil, Saarlouis droht geschlossen zu werden 2025 und deswegen der klare Appell, bitte wägen Sie in Zukunft Ihre Worte besser. Es geht um das Vertrauen der Menschen in die Regierung, aber auch in die Politik insgesamt. Ich will zuallererst erinnern an einen persönlichen Eindruck, wir haben 2017 viele Besuche bei den Fortwerken gemacht. Wir waren dort unter anderem dann zu Gesprächen, weil es darum ging, sage und schreibe, der Parkplatz war zu klein, der Fortwerke. Es ging um neue Zu- und Abfahrten vom Fortbetriebsgelände auf die Autobahn, auf die Bundesstraße. Und damals war es so, dass wir gemeinsam dort waren mit Vertretern aus dem Rathaus in Saarlouis, mit Vertretern des Landespolitischen Straßenbau, aber eben auch mit Vertretern von Fort, um zu eruieren gemeinsam, wie kann man Zufahrten optimieren, wie kann man neue Parkplätze schaffen. Und aus dieser Entwicklung kommt eben dann auch das Entsetzen der Leute zur aktuellen Lage. Ich will zuallererst aber nennen die Lage im Zulieferpark. Bei den Fortwerken selbst ist klar, die Lage ist schwierig, aber in der Öffentlichkeit fällt manchmal hinten runter, wie es eigentlich im Zulieferpark dort zugeht. Es ist so, dass viele Zulieferer und die allermeisten beinahe ausschließlich produzieren für die Fortwerke. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir haben Ende 2023 bis Mitte 2025 ist eine Produktion bei Fort zugesagt. Die Zeit ist extrem kurz, damit sich eben auch die Zulieferer entsprechend auch vorbereiten können, Ersatzaufträge generieren können. Und wir haben das selbst bei Besuchern vor Ort eben auch festgestellt. Wir waren mit Vertretern der Fraktion, eben auch bei den Zulieferern und die Zeit drängt sehr extrem. Und deswegen hat mich auch persönlich enttäuscht, dass die hier an diesem Pult am 22. Juni von der Regierung gemachte Zusage, dass es eine Konferenz der Zulieferer gibt, erst von der IG Metall durchgefährt werden musste, ehe die Regierung das mit einem einzigen Treffen erst in diesem Frühjahr dann gemacht hat. Auch hier war es zu spät. Lage Zulieferer, Lage vor Ort in der Stadt, im Ort, in der Region. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin. Wenn sich unsere Regierung etwas mehr ins Zeug legen würde, dann würden es den Mitarbeitern besser gehen. Sie dürfen es nicht nur aussitzen, die Regierung. Es war kurios, dass der Investor seinen Namen nicht genannt hat. Es müssen schließlich die Fakten auf den Tisch. Zitat Ende. Das ist ein Zitat aus der Zerbrücker Zeitung von der Bürgerin Heike Hollinger-Paulus. Ich glaube ausdrücklich nicht, dass die Regierung es sich hier einfach gemacht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass Sie sich wirklich redlich bemüht haben und redlich bemühen, dass es zu einer guten Lösung kommt. Aber die kommunikativen Fehler, aber auch die Fehler im Ablauf haben eben dazu geführt, dass heute kein Investor präsentiert werden konnte und dass die Zukunft des Werkes nach wie vor höchst ungewiss ist. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, auf ein weiteres Zitat aus der Zerbrücker Zeitung. Wenn das Werk geschlossen wird, dann ist Salui tot. Zitat Ende. Hier widerspreche ich ebenfalls und zwar ganz ausdrücklich. Ich zitiere dafür die EG Metall. Salui muss leben und ich sage, Salui wird leben. Wir haben ein starkes Zeichen der Entschlossenheit, aber auch der Gemeinschaft gesendet. Wir haben am 5. Oktober im Stadtrat auf unsere Initiative hin eine Resolution einstimmig verabschiedet, die eben auch zeigt, Salui steht zusammen in diesen schweren Tagen. Und wir haben ganz klar kritisiert Ford für eine verfehlte Modellpolitik. Wenn es eben einen Marktanteil gibt, der heute noch halb so hoch ist wie vor einigen Jahren, dann fehlt eben auch die Auslastung in den Werken. Es gab Fehler seitens Ford, auch hier im Prozess. Aber wir haben im Stadtrat auch einstimmig beschlossen, eine klare Erwartungshaltung an die Landesregierung, dass es hier eine Zukunft eben auch braucht am Standort Röderberg. Die Voraussetzungen sind optimal. Wir haben Beschäftigte, die hochqualifiziert sind, die eine Erfahrung haben in der mobilen Produktion. Aber wir haben eben auch einen Standort, der infrastrukturell optimal angebunden ist, mit Autobahnen, mit einem der größten Binnenhäfen Deutschlands und eben auch mitten im Herzen Europas. Und wir haben auch klar formuliert, wenn es mit einem Automobil in Vollproduktion am Standort auf dem Röderberg nicht klappt, unsere Erwartungshaltung ist, der zugesagte dreistellige Millionenbetrag muss auch dann auf dem Röderberg investiert werden. Von Seiten der Landesregierung braucht es eine Alternative für den Standort Röderberg. Und ich will zum Ende dann auch klar ankündigen, wir werden in weiteren Sitzungen des Wirtschaftsausschusses auf unseren Antrag hin das Thema Fort behandeln. Die Informationen an die Bürgerinnen und Bürger draußen, es war nur deshalb Gegenstand das Thema Fort in den Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft, weil wir es als CDU beantragt haben. Wir werden jetzt das Tempo erhöhen. Wir werden, wie angekündigt im Wirtschaftsausschuss seitens der CDU, ab sofort wöchentlich eine Sitzung des Ausschusses beantragen. Das muss transparent gemacht werden gegenüber dem Parlament, aber gegenüber der Öffentlichkeit. Wir brauchen jetzt eine fortlaufende Information über die aktuelle Lage betreffend Fort und die Zukunft. Und deswegen sage ich ganz klar, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir stehen hier gemeinsam bereit, damit wir als Saarland zusammenhalten. Aber wir werden eben auch darauf achten, damit eben die Fehler, die handwerklich gemacht worden sind, sich nicht wiederholen. Und wir werden für Transparenz sorgen. Das hat das Parlament verdient, aber eben auch die Öffentlichkeit. Vielen Dank.